Soll ich glaube das sehen wir auch noch Speichern save save game save 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 Äh zum Leben verdammt 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 Fuck Ja ob ich das schaffe? Ähm Fuck Fuck Fuck, fuck, fuck So Wir müssen hier relativ schnell durch Och Okay ich nehm meinen Hammer Ah geh weg Stirb! Alter stirb! Du klemmst dich da in eine Ecke ein du Schlampe Hears Packs Ihr hängt die Pakete an, warum habt ihr keine Hears Packs? Was? Also hier kommen wir jetzt hier durch? Natürlich nicht Aber hier können wir dann so unsere Waffe wählen Ops Und ich muss es selbst finden Au! Das fühlt sich so Okay Haben wir irgendwas zum Leben aufhören dann? Natürlich nicht Übrigens Übrigens müssten wir so oder so da durch Denn Das Paket wäre explodiert wenn wir Das die Leute holen lassen Was? Noch einer? Was? Ups Oh verdammt Nicht gut, nicht gut, nicht gut Das ist doch Ups Oh 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 Boah ich dachte hier kommt der jetzt durch Ups Jetzt werde ich es selbst finden Ich werde es selbst finden So und den Raum hätten wir clear Was? Oh nein Ups Jetzt werde ich es selbst finden Was? Was? Drecks Katze Ups So jetzt haben wir es aber clear Ich brauche aber hier ist Packs Aber ich speichere hier erstmal So dass wir uns hier Raum für Raum vortasten können So Das müssten Ah ne So du auch? Bitte irgendwo hier ist Packs Mit 5 Leben hier durch zu gehen ist nicht leicht Glaubt es mir Glaubt es mir So den Raum hätten wir Oh Ist das ein Heelspack? Bitte sei ein Heelspack Bitte sei ein Heelspack Bitte sei ein Heelspack 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 Es ist ein Heelspack Ja Okay ich muss trotzdem vorsichtig sein So viel Leben habe ich nicht So 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 Oops Wenn du sagst eine Ce�se Die ganze Zeit selbst schaden zu wer Is Theiser gesendert. Äh, Speicher. Ich würde es nicht normal machen. Was? Oh, auf gegen die Wand zu fliegen. Das ist ja schlimmer als Bioshock oder sowas hier. Diese Schockmomente. Oh, dass es so eine große Explosion haben muss. Was Kleineres. Oh. Wirft es gegen die Decke da oben. Was? Diese Katzen. Hä? 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 Was? Da habe ich nur zwei Schuss mit? Nee, dafür ist zu viel. Was? Wo kam die Katze her? Was? Was explodiert denn da? Was? Was ist das? Was ist das? Oh, ich reg mich auf. Ja, ja, ja. So. Da. Töte sie. Was? 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 Was tötet mich denn? Was tötet mich denn? So, jetzt reicht es mir hier. Ich brauche irgendwas zum Leben aufhören. Das ist ein paar Geld. Nee, doch nicht. was ist das? So, jetzt bekommt ihr richtig was rüber. So. Super. Ein kleiner Schuss und ich bin tot. Ist das nicht lustig? Oh, schieß dir nicht gegen die Wand, du Depp. Genervt. Das ist doch unmöglich, das zu schaffen. Ich wurde nirgendwo getroffen. Hier ist Peck. Ich brauche einen, hier ist Peck. Kommt her. Tot. Warum hat der jetzt gegen das Regal geschossen? Das ergibt ja alles keinen Sinn. Ja, jetzt seid ihr auf einmal da, ist klar. Okay. Speichern. Hier, speichern. Wo, ich glaube, jetzt ist es klein. Vielen Dank.